In diesem Video geht es um die Überarbeitung so eines Nussbaum-furnierten Halbschrankes. Er ist typisch Louis Philippe, zu sehen eben an den Eckvoluten hier, an der geschweiften Platte hier oben. Und diese Art von Halbschränke gibt es eigentlich noch relativ häufig, ich habe es ja auch schon sehr oft gehabt. Meistens Nussbaum oder auch in Mahagoni funiert. Wir sind hier ja beim Louis Philippe in der Zeit ab 1840 bis 1860, 1870. Also da gibt es doch wirklich ganz große Qualitätsunterschiede. Also gerade die frühen Louis Philippe Möbel sind dann noch wesentlich qualitätsvoller gearbeitet als diese späteren. Vielleicht sind wir hier sogar schon 1880. Also wir werden gleich noch sehen, dass hier wirklich schon einige Dinge sind, die doch sehr bedenklich sind. Ich spreche jetzt hier mal nur von einer Überarbeitung, denn ich will jetzt hier gar nicht die ganze Oberfläche abnehmen, denn da ist Schellack drauf. Ich brauche also nur noch mal neu überpolieren. Ich könnte zwar auch einige Furniereinsatzarbeiten tätigen, aber das ist nicht unbedingt zwingend jetzt. Und gerade wenn man nur ein Teil zu Hause hat, wer will schon Furnierarbeiten tätigen? Da kann man also auch mit den Schellack-Kittstangen arbeiten, um kleine Schäden zu beheben. Und man beizt vielleicht sogar nur. Und ich möchte auch gar nicht jetzt so viel Zeit investieren, denn es sieht ja allgemein eigentlich noch ganz gut aus. Ich habe jetzt zwar schon ein paar Teile wieder angeleimt, die Anschlagleiste war ab oder auch eine von den Voluten. Da fehlte auch das Podest hier, die Basis unten hier. Die habe ich neu angeleimt und musste ein neues Schloss anbauen. Aber es sind jetzt so eher Kleinigkeiten. Wichtig ist natürlich für jemanden, der jetzt so ein Teil zu Hause hat und das überarbeiten möchte, die Frage, sagt man wahrscheinlich dann, ja, ist denn überhaupt Schellack drauf oder was ist drauf? Und eigentlich, ich habe ja schon in meinen anderen Videos gezeigt, man kann das natürlich, indem man jetzt hier mit Ethanol ein bisschen an der Stelle anreibt, schnell klären, ob da Schellack drauf ist. Oder ein moderner Lack, das vielleicht schon mal überarbeitet worden ist. Aber man kann auch manchmal schon allein vom genaueren Runden betrachten erkennen, ist da schon mal was Neues drauf gekommen. Hier sieht man zum Beispiel eine Stelle bei einem Stuhl. Da wurde ganz klar mit Pinsel ein Lack aufgetragen. Dann sieht man hier dann auch so Läufer. Also Läufer sind immer ein Zeichen dafür, dass ein neuer Lack aufgetragen worden ist. Denn dann müsst ihr über den Schellack, wird immer nur hauchdünn aufgetragen. Da wird es also nie Läufer geben eigentlich, ja. Und auch hier bei dieser Kommode sieht man, wenn man genau hinschaut an dem Rand, dass da so ein bisschen dickerer Lack zu sehen ist. Das beruht hier, die ist also gespritzt worden. Und auch beim Spritzen von Lack ergeben sich manchmal jetzt allein dadurch, dass eben auch irgendwelche Seiten da sind, wo der Lack etwas dicker sich dann ansammelt. Und man das auch erkennen kann. Man muss sich nur mal genau die Ränder und Seiten anschauen. Dann erkennt man das meistens auch schon, ohne jetzt mit Lösemittel zu arbeiten und dann zu erkennen, ob Schellack drauf ist. Ich habe auch schon in anderen Videos gezeigt, dass es eben oft Unterwanderungen gibt bei Nitrolacken von Feuchtigkeit. Dann bilden sich eben weiße Stellen irgendwo. Das haben wir hier alles auch nicht, sondern eigentlich sieht hier noch ganz nett aus. Das Einzige ist hier jetzt, da erkennt man, dass es so ein bisschen abgenutzt ist. Und das ist eigentlich das typische bei Schellack. Also da gibt es keine Unterwanderung von Feuchtigkeit, sondern eher dann hier so eine Abnutzung. Da kommt schon das rohe Holz dann zum Vorschein. Das sieht man schon ziemlich deutlich eigentlich. Auf der Platte haben wir hier ein Fries. Und hier in der Mitte haben wir ein Wurzelfurnier, Wurzelholz, geklappt und gespiegelt. Also vier Blätter insgesamt, die dann dieses schöne Muster ergeben. Wenn wir mal so im Licht uns das anschauen, sieht man aber hier deutlich, was hier los ist. Es gibt hier so Wellen, wenn man hier mal hinschaut. Die lassen sich auch durch Schleifen nicht beheben, denn das Furnier ist einfach so dünn, dass tatsächlich hier schon die Früh- und Spätholzringe des Blindholzes, was hier ja drunter ist, es ist ja nur furniert, zum Vorschein kommen. Durch das Schwinden des Blindholzes sieht man das hier jetzt. Deutlicher sieht man sich noch an, auch auf der Türe. Auch auf der Türfüllung haben wir ein Wurzelholz. Und auch da sehen wir diese Wellen ganz deutlich. Zuerst hatte ich die Vermutung, dass diese Wellen entstehen, weil das Furnier gemessert worden ist. Aber wenn man sich die Rückseite ansieht, sieht man ganz deutlich, dass eben diese Früh- und Spätholzwachszonen, die hier zu sehen sind, sich hier eben durchdrücken auf der anderen Seite. Wenn man mal genau jetzt hier hinschaut, hier unten, dann sieht man hier, das ist so dünn, das Furnier. Hier scheint sogar, also hier wurde dann vorher mit einem Zahnhobel gearbeitet. Hier kommt sozusagen, hier sieht man sogar schon die Zahnhobelspuren. So dünn ist das Furnier hier einfach. Also das ist ja nur noch 0,3, 0,4 Millimeter stark. Dann ist es natürlich kein Wunder, wenn dann hier dieses Blindholz da durchscheint. Das ist natürlich ganz selbstverständlich, dass man hier überhaupt nicht mit Schleifpapier dran gehen kann. Dann ist man sofort durch. Die kann man wirklich dann nur mit einem Schleifvlies, vielleicht um den Dreck abzunehmen, oder ganz fein mit einem Tuch und Ethanol, Spiritus, Dreck abnehmen und dann einfach wieder mit einem Ballen überpolieren. Also die dünne Furnierung ist sicherlich schon eines der unangenehmsten Sachen, die hier zu sehen sind. Aber auch wenn ich jetzt das vergleiche mit dieser Türe hier, die sicherlich 30 Jahre wohl früher ist als dieses Objekt hier. Das ist zwar Maragoni furniert, aber man sieht doch schon einige Unterschiede oder spürt sie einfach auch. Wenn ich also hier rüber gehe, das mag ja auch schon Maschinenarbeit zum Teil sein. Hier oben sicherlich eher dann Handarbeit und mit Ziehklingen, Schweifrugel, sonst was. Das ist schön harmonisch eigentlich alles. Hier dagegen, diese Fräsung hier, merkt man deutlich, also hier, dass es hier Wellen gibt oder hier ist sogar richtig zu sehen. An der Stelle hier, dass hier der Fräskopf irgendwie weggerutscht ist ein bisschen. Das ist also nicht so schön. Ja, hier wurde sogar noch die Kante funiert. Das hat man hier weggelassen, also alles arbeitsmäßig weniger Aufwand. Zapfenband ist hier bei der rechten Tür sogar noch geschmiedet. Hier haben wir schon Industrieware. Ja, schauen wir uns die Rückseite an. Fällt natürlich gleich auf hier. Die ältere Tür hat man versucht eben durch Holzmalerei, das Malagon zu imitieren. Sicherlich auch eine aufwendige Arbeit. Hier hat man es ganz roh gelassen. Hier gibt es sogar noch einen eingearbeiteten Riegel. Hier ist eher dann ein Federschnepper. Auch bei den Schubladen gibt es Unterschiede. Hier eine schöne, dichte Zinkung. Hier bei der anderen Kommode. Also damit kann man keinen Preis gewinnen mit so großen Lücken. Ansonsten von der Konstruktion kann man hier eigentlich nichts sagen hinten. Also das ist sogar noch hier mit Gratnut. Ihr seid mit Gratnut in die Platte eingelassen. Und auch hier die Laufleiste ist als Gratnut ausgebildet für die Schublade. Was mir besonders gut gefällt beim Halbschrank ist der Hölzernes Schlüssellochbeschlag. Normalerweise ist er eher hier so relativ schlicht, obwohl er auch natürlich Profil hat. Aber hier ist ja dann nochmal auf dem Holz so ein, ja das muss so eine Art Harzgemisch sein, aufgesetzt worden und damit so ein Prägestempel irgendwie so aufgedrückt worden, dass hier so feine Perlen entstehen. Also das sieht eigentlich ganz nett aus. Das ist auch so auch noch nie gesehen. Das Lösen der Türe ist wirklich nicht schwierig. Man legt die Kommode einfach mal irgendwo hin und schaut dann hier unten drunter beim Zapfenband ist eigentlich immer nur eine Schraube, die gelockert werden muss, oder herausgeschraubt werden soll. Und dann lässt sich die Tür ganz einfach rausziehen hier. Das Zapfenband hängt dann hier noch drin und oben lässt sie sich dann rausnehmen. Also ganz schlicht und einfach. Die Leimarbeiten habe ich im Objekt ja schon durchgeführt. Was ich jetzt nur noch benötige für die weitere Bearbeitung, ist hier der Lötkolben mit einer Schellack-Kitzstange zum Abnehmen des Überschusses Spiritus oder Ethanol und so ein Schleifvlies. Dann eben für Weiterstellen, die ich jetzt nicht kippen will, aber die ich farblich anpassen will, nämlich einfach Wasserbeize, Nussmittel und dann schließlich die Schellack-Politur, brauche ich ja nur Deck-Politur zum Auftragen. Alle diese Materialien kann man auch bei mir bestellen und dann natürlich diese Reparatur oder Überarbeitung oder wie man es auch immer nennen will, selber durchführen. Das Kitten mit diesem Lötkolben und der Nagelspitze zeige ich ja auch schon in einem anderen Video. Das ist hier eigentlich so die gängige Methode und auch schnellste, um Lücken zu füllen. Da entwickelt dann jeder so seine eigene Methode, wie man nachher jetzt den Überschuss am besten abnimmt und auch wie man das überhaupt hier handhabt. Für mich ist immer am besten eigentlich, wenn ich dann die Schellack-Kittstange an den Nagel drücke, dann läuft automatisch das Schellack runter. Man kann die Lücken füllen. Man macht auch nicht viele unterschiedliche Töne eigentlich. Gerade hier beim Nussbaum fällt ja auf, dass Nussbaum ohnehin unterschiedlich strukturiert ist. Da kann er einfach ein dunklerer Schellack-Kittton reichen dann eigentlich schon aus, um hier eine vernünftige Füllung herzustellen. Ich nehme hier zum Abnehmen des Überschusses auf jeden Fall einfach ein Schleifvlies und tränke das mit Ethanol. Klar reibe ich natürlich jetzt die ganze Deckpolitur an der Stelle ab, aber nicht die Porenfüllung. Also ich brauche nachher hier wirklich einfach nur wieder Deckpolitur aufzutragen. Das Schleifvlies hat auch einfach den Vorteil, dass man da nicht zu sehr eben den Ton des Nussbaumholzes verändert, weil man ja im Prinzip auch nicht schleift wie mit einem Schleifpapier. Also das hat schon Vorteile. Hier bin ich nur an einer Stelle, die ich eigentlich funieren würde. Denn ich sage immer, was größer als ein Fingernagel ist, sollte eigentlich funiert werden neu. Man sieht ja hier, wo das Furnier fehlt. Aber ich will jetzt hier in diesem Video auch mal zeigen, dass man natürlich auch so eine Stelle mit Schleifkit kitten kann. Denn wer hat zu Hause schon Furniere liegen, die er dann hier einarbeiten kann. Also es geht auch mit diesem Schleifkit. Fällt auch eigentlich auch nicht mehr besonders auf, das werden wir am Ende des Filmes noch sehen. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, das Ganze aufzutragen. Ich hätte ja nicht besser den anderen Nagel nehmen sollen, den ich umgebogen habe. Da kommt man ja eigentlich dann besser hier mit klar. Denn man will ja die Fläche auch noch ein bisschen einebnen. Um nun hier den Überstand abzunehmen, kann man das Schleifvlies mit einem Holzklotz oder Hartgummiklotz oder wer weiß, was auch immer, umwickeln. Und hat dann gut die Möglichkeit, diese Fläche hier schön glatt zu bekommen und den Überstand abzunehmen. Nun gibt es hier auch die Hochglanzpolitur für schellackpolierte Flächen. Die benutzt man, um Ölreste von der Deckpolitur abnehmen zu können, die man aber normalerweise ja gar nicht hat, wenn man wirklich nur so wenig Öl nimmt, wie ich das ja auch immer zeige, nämlich nur zwei Tröpfchen auf so einen Ballen. Aber man könnte natürlich jetzt auch hier damit etwas auffrischen, wenn man jetzt hier also, was weiß ich, Fliegendreck, irgendwelchen Schmutz drauf hat, dann kann man natürlich auch das damit abbekommen. Und es wird sicherlich auch wieder ein bisschen noch mehr glänzen. Aber man muss sich natürlich darüber in klaren sein, diese Hochglanzpolitur, damit macht man keinen neuen Schellack hier drauf. Denn da ist kein Schellack drin, sondern es ist eigentlich nur, ja, wie bei so einer Politur, eben feinste Schleifmittel. Man sieht ja auch der Ballen, das hier, das wird dunkel schwarz, um Schmutz abzubekommen. Aber auch hier gerade hier am Rand, wo ich hier schon gezeigt habe, wo hier der Schellack fehlt, also da brauche ich gar nicht mit Schellack-Kollektur drüber gehen, also da ist nicht nachher auf einmal Schellack da, sondern da muss ich wirklich mit einem neuen Ballen Schellack. Und deswegen benutze ich das also auch relativ selten eigentlich. Hier sehe ich gerade mal so eine Stelle, dass irgendwas in Schmutz oder Tropfen draufgefallen ist. Ja, der geht natürlich gut weg jetzt hier. Der ist weg. Aber ich will hier ja wirklich jetzt auch nochmal Material aufbringen. Von daher natürlich mit einem Ballen oder zwei, drei Ballen Deckpolitur. Eine Stelle würde ich hier noch ausflicken, obwohl die war sehr, vorne noch sehr tief. Da will ich nochmal Kit reinmachen. Ansonsten bleiben diese vorhandenen Macken, die hier überall sind. Das sind eben Gebrauchsspuren. Die will ich jetzt gar nicht hier wegmachen. Schleifen kann man ja ohnehin auch hier nicht. Also wird das so bleiben. Bevor ich jetzt hier die Deckpolitur auftrage, gehe ich natürlich auch hier mit dem feinen Schleifvlies mal über die ganze Fläche, um eben Dreck, Schmutz zu entfernen. Denn ich, der muss ja jetzt nicht mit poliert werden, mit einpoliert werden. Damit greife ich jetzt ja hier das Furnier überhaupt nicht an, sondern wirklich nur die Oberfläche hier. Das wird natürlich jetzt, wie man sieht, matt, relativ matt. Aber durch den Schellack, den ich in Auftrage, wird das ganz schnell wieder glänzend werden. Jetzt nehme ich ganz normal meinen Ballen, mache meine 10 Milliliter Deckpolitur hier drauf und wie immer zwei Tröpfchen Polieröl. Und dann geht's auch schon los. Der Ballen hier so für die Hälfte der Fläche. Das passt eigentlich ganz schön von der Menge her und dann gleich den anderen Ballen, einen weiteren Ballen hier auf dieser Fläche. Es gibt keine Übergänge, weil es eben so hauchdinn aufgetragen wird. Natürlich trage ich jetzt besonders hier an den Ecken, die ich öfters sehen, weil da ja auch wirklich Schellack fehlt. Nun habe ich auf der Platte die ersten beiden Ballen Deckpolitur aufgetragen und siehe da, gerade an dieser Stelle, die mir vorher schon aufgefallen war, dass hier irgendwie Abnutzung vor allem ist, an dieser Stelle, die sollte eigentlich auch schon ein bisschen glänzen. Aber die ist nach wie vor ganz matt. Da ist also irgendwas nicht in Ordnung. Warum nimmt jetzt hier diese Stelle, und das kann immer mal wieder vorkommen bei der Schellackpolitur, keinen Schellack an? da kann ich es auch noch so oft drüber gehen, wie ich will. Da will einfach keinen Schellack haften. Dann ist es meistens so, dass diese Stelle fettig oder ölig ist. Wie kommt das jetzt zustande? Also ich denke mir gerade hier bei dieser Kommode so, dass vielleicht hier nebenan ein Stuhl oder Sessel war und die Person immer wieder hier sich abgestützt hat, um aufzustehen. Und dann haben wir natürlich hier an dieser Stelle dann Abnutzung und Handschweiß. Ja. Es kann genauso gut sein, dass man beim Polieren vorher sich die Hände eingefettet hat. Es gibt ja manche Leute, die polieren ohne Handschuhe und fetten dann ihre Hände ein. Das ist also auch schlecht. Da Fett und Schellackpolitur, das haut nicht so richtig hin. Dann will ich besser diese Nitrillhandschuhe anziehen. Oder halt auch wirklich tatsächlich auch Öl. Öl wäre auch jetzt, also Öl, jetzt wenn es kein trockendes Öl ist. Also klar, man nimmt ja auch als Grundierung schon mal Leinöl oder Walusöl. Das sind ja trocknende Öle. Die sind natürlich nachher trocken, da kann man gut drauf polieren. Aber alle anderen Öle, Sonnenblumenöl oder ähnliche, nicht trocknende Öle, die wären auch natürlich schlecht hier. Ja, was wir jetzt hier machen. Also diese fettige oder ölige Schicht, die hier drauf ist, die muss erst mal ab. Man kann es einfach natürlich mit Alkohol, also Ethanol, diese Propanol hier vernünftig abwischen und dann sollte das eigentlich funktionieren. hier im unteren Bereich, also wo man mit Füßen gegenkommt an der Kommode, da sind natürlich typische Ausbrüche im Laufe der Jahrzehnte. Also das kann man hier auch schlecht neu funieren. Das könnte man tatsächlich hier auch mit Schellack-Stangenkit beheben, aber man kann natürlich auch einfach nur mal hier färben. Das würde ich jetzt gleich mal machen. Das reicht eigentlich auch schon aus, wenn es nicht mehr so sichtbar ist. vorher natürlich hier vernünftig mal mit ein wenig Alkohol rüber gehen. Sieht gleich, wie schmutzig das ist, denn auch hier im Bereich der Füße ist natürlich viel mit, ja vielleicht mit Möbelpolitur oder beim Aufwischen des Fußbodens irgendwelchen Mitteln gearbeitet worden, die vielleicht dann behindern die neue, denn den neuen Auftrag der Deckpolitur. Ich streiche jetzt hier einfach mal Nussbaummittel Wasserbeize auf. Also all diese hellen Stellen, das ist ja das Blindholz, sollen jetzt damit gut benetzt werden. Auch dafür ist natürlich wirklich wichtig, dass hier das Holz roh ist, denn sonst kann die Wasserbeize hier nicht richtig einziehen. so man sieht jetzt ja schon, dass sich der Ton geändert hat und wenn dann das getornet ist und man hier mit Deckpolitur überarbeitet ist es eigentlich nachher kaum noch zu sehen. So, schauen wir uns jetzt den Halbschrank mal fertig poliert an. Also hier ist die Stelle, die ich ganz neu aufpoliert habe. Glänzt jetzt auch sehr schön. ja, ja, einige Stellen, wenn man es weiß, dann fallen sie auf. Wenn man es nicht weiß, eher nicht. Also, jetzt wo ich hier gekittet habe und mit dem Schleifvlies gearbeitet habe, ist es doch etwas heller. ich hoffe, dass sich das dann wieder angleicht durch das UV-Licht. Da hätte man natürlich auch noch färben können. Aber das weiß man halt immer nicht so genau. Sieht man das meistens später. Je nachdem, wie jetzt auch immer das UV-Licht vorher schon gewirkt hat, ob es ausgeblichen ist, das Furnier oder weniger ausgeblichen, muss man dann halt nochmal dann doch nachfärben. Was jetzt gar nicht so auffällt, ist eben hier diese große Stelle, die ich gekittet habe und auch hier die unten, wo ich nur gefärbt habe. Fällt eigentlich wirklich nicht mehr auf. Ja, ich habe jetzt verbraucht 0,2 Liter Deckpolitur. Sieht jetzt doch dann wieder ganz nett aus. Es waren aber jetzt doch sieben Stunden, weil ich innen noch was eine Feder einsetzen musste. Aber ich denke, das kann man auch als Privatmann dann so hinbekommen.